Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, ich habe gerade einen Hänger, Call of Duty Modern Warfare 2019, willkommen hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, den ist denn? Oh ja jetzt viel Spaß bei der Haltung, ja wenn ich einen Hänger habe, das ist so schlimm, was schlimm ist, dass ich einfach, dass ich während der Aufnahme sage, ich habe leider keine zweite Tonspur oder 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 und ich habe dann wirklich gerade voll den Hänger gehabt, was für ein Spiel zogst du gerade, tut mir auch so leid, aber danke an jeden der mich erträgt aber ich gerne äh ja, also warten, Level wird geladen, ja wir warten, das Level wird geladen, äh gucken ob das Level geladen wird, ich bin ein bisschen leicht verschnuppt, ey, leicht verschnuppt, Leute, leicht verschnuppt, aber ich bin mir sicher, das Level wird gewa- äh wird gewa- das Level wird geladen ja, ich glaube es hat geladen, glaube ich Spiel beginnt in jetzt genau Hagner Yard ich hoffe ihr hört mich, ich hoffe ihr hört mich gut, äh, hab ja schon ein Video davor gesagt dass ich jetzt mir so ein Ding gebastelt um mein Mikro habe Schaub vorkriegen, diese Dinger, die man da kaufen kann weil ich hoffe, dass jetzt der Klang von hinten, von den Lüftern und so nicht so klein kommt wenn man mich vielleicht auch deutlich erhört, weil meine Stimme kommt ja direkt von vorne und vielleicht der Umgebungsrauschen unterdrückt da wird, vielleicht auch, weil es hat ja glaube ich den Sinn dieses Teil das Umgebungsrauschen, das Umgebungsrauschen, das Umgebungsrauschen, das Umgebungsrauschen, das Umgebungsrauschen Ah, ich höre aufzureden Uh, ich bin voll zwar am stark Handy auf Ich hör doch was, ich hör doch was Wow, wow, da war noch einer, da war noch einer Komm ich da dran, ohne dass er mich sieht Hey! Ey, die Idee war aber geil, das müsst ihr zugeben, oder? Der Versuch war geil Wie gut sieht der mich? Shit! Okay, da war was Also, ne, also, ne, ich will halt nicht auf das eine Thema reingeben Ich bin alt, ich bin alt, ich bin alt Ich denk mal, ich bin nicht der älteste Gamer, äh, der auf Youtube versucht Videos hochzuladen und Leute zu erreichen Aber ich denk mal Äh, ja Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte Ich hab gerade so einen Blackout Egners, wo seid ihr? Ey, fein hab ich Uh, Vergeltung Ey, hier ist hier sie gestoppt Da hat er mich doch abgeknallt Da gibt's doch nicht die Sau, ey Als ob ich komme wieder Eine AP Drohne Egal, was ihr da hinbaut, was elektrisch ist Ich schalte es aus Ich hab heute einen an der Klatsche, oder sowas von Das ist schon voll wach und gar nicht da Ah, ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht getroffen Wenn du jetzt nicht von hinten kommst, komm von vorne Ich glaub, ich werd doch gleich von hinten erschossen, oder? Entschuldigung, wenn ich grad zu stark atme Ich merk's grad selber Was? Hä? Wo ist denn hin? Wann ich die Drohne über uns? Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn zu spät gesehen Ich hab das rechts in Ecke gesehen Das gibt's doch nicht Boah ey, das ist ja schon Richtung snipen, ey Mist! Ich dachte ich hab ihn Ich hab auch nicht zu Jetzt hab ich wirklich gedacht, ich krieg ihn Aber ich krieg ihn nicht, also sowas Ähm Ey, ich liebe Modern Warfare, merke ich Das ist eigentlich ein geiles Spiel Ich weiß noch, dass wir das am Anfang ein bisschen verflugt haben Weil die Demo hat sich leichter gespielt als, oder die Beta hat sich leichter gespielt als, äh das Game selber Ich kann mich hier eigentlich stellen Aber egal Okay Wann hat sie gekillt? Das gibt's doch nicht Bin ich die Seite, die mir nicht kontrolliert Nein, bleibt hier drin, bleibt hier drin Was? Ach, komisch, ob ich noch gar nicht bin Ich hab gar nicht geracht, wo ich bin Ich wusste gar nicht, wo ich gerade bin Äh Hä? War hier nicht einer? Der sterb doch gleich, ey Okay Auf dich, du bist Äh, hallo? Snipernhilfe! Da oben war einer Jetzt hab ich Oh, du Sniper, du Also nicht Sniper Also nicht Sniper Campe ich genauso lang? Fuck Äh Papp Papp Ich fang mit Da 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 Von hinten Nein, er rutscht rein Jetzt bin ich aber angepisst, ey Das glaub ich nicht Ey cool, wie man Leute kennen das Gibt's doch nicht Alter, zweimal klappt das nicht Das war doch der, oder? Feindlicher Wilson eingesetzt Feindliche Konterdrohne online Verdammt! Ich sag das auf Wort nicht Er hat den Camper nicht gesehen Ich hab er nicht aufgepasst Verdammt nochmal Oh nein Das ist ja dieser Radpanzer Weg hier Nein, nein! Aaaaaaah Wotelieb! Jo Jo, ist ja gut Jetzt hör auf zu schießt Mit deinen Pilzen Wenn da was dabei was knappt Ist das Ding da drin? Ja Verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Feindlicher Marschflugkörper im Anflug Ich glaub den krieg ich auch Nein Äh Schon wieder der Rutscher, Alter Sorry, gib mir Energie Immer wieder diese Rutscher Rutscher schon wieder Gutes Team Gutes Team Gutes Team Wir sind gut Wir sind sehr gut Nein, aber doch Oder nicht? Ich schwöre da war jemand Da war doch jemand Nicht blöd Verbündete Drohne ist in der Luft Radarsuche wird gestartet Äh Nein Blöd bin ich nicht Aber tot Äh Ja Das bringt's total Nice day Niedlicher Tag Oder was heißt das? Und ja Ich bin genauso in Englisch begabt Wie ich zocke Also Nicht wirklich Boah Ich atme gerade wieder schwer Bin ich doof? Ab der ich gewesst Oder war noch einer? Nein Ach komm schon Ja Mein Gott Oh, der Camper Das sind immer wieder diese verdammten Dämpgranaten Dass man sich dann auch langsamer bewegt Das ist doch verkehrt Immer das Gejammere von den alten Gamern Ehrlich Oh Wenn man scheiße ist dann gejammert man Ja Tue ich Habe ich damit selber ein Problem Ich bin so Komm her Oh man Es tut mir leid an jeden Der mir zuhört Ehrlich Zusehen ist genauso traurig Alter Komm schon Camper Ich weiß du bist der Camper Oh Was war das denn? Habt ihr gesehen wo der herkam? Äh Schade ich doch das klappt Ich war da ganz zuversichtlich Ich habe keine Ahnung Keine Ahnung wo die sind Oh wir haben verloren Ich habe gerade so komisches Geräusch gehört Ich habe gerade so ein komisches Geräusch gehört Ich habe gerade so Angst dass mein Headset gleich ausgeht Oh scheiße Ich glaube ich hätte mein Headset mal laden sollen oder? Ich habe gerade so ein du 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 durchgemacht Na mal gucken wie lange ich noch was auf meinen Ohren höre Sonst höre ich nichts und naja Wird lustig Vergesst dein Headset zu laden Naja es war eine reine Einerquote 1111 ist jetzt nicht pralle Naja Geht so Ich bin mal gleich gespannt Ob mein Headset ausgeht Weil ich habe das noch nie du 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 gehört Controller ist noch voll Äh Jo Wird lustig Vergiss dein Headset zu laden Ist man natürlich äh Auf der sicheren Seite Naja gut Ich Also ne Dann habe ich jetzt gleich mittendrin keinen Sound mehr vom Game Erstmal machen wir vom Spiel äh Ja also Pfff Boah da habe ich scheiße Eh die Karte Die mag ich nicht Ich mag die Karte wirklich nicht Ich mag die Karte wirklich nicht Ich probiere nochmal mit der hier Ich glaube so scheiße war die gar nicht Denke ich Bin mir jetzt nicht sicher aber ich denke ja Ich wusste nicht interne ...dann so. Guck mal! Da gibt's die Meta und das ist halt von... ...diagnost. Ah ja... ...dann ist ein Dynamik. Oh ja... ...und ich bin ein ... ...und ich bin ein ... Ex-Milie... Oh, Entschuldigung... Ich bin mal sehr gespannt, wie man die Nebengeräusche hört, bzw. ob meine Stimme jetzt ein bisschen klarer ist. Was? 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 Wer schießt da? Ich wollte sagen, ey, ich treffe dich aus der Entfernung, ich drehe mich weg. Bäm. Boah, bin ich teilweise gut, ey. Oh, fuck. Okay, das F-Wort habe ich nicht gesagt. Nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg. Mann, ich habe gerade meine Energie aufgefüllt, glaube ich. Okay, von links, von links. Was? In den Gebäude? Oh, wo schieße ich denn hin? Hilfe! Verdient hier. Ich verdiene einen auf die Schnauze bekommen. Sicher? Ja. Hey, na weeeeee. Kein wäre es, wenn das eine Droppe wäre und nicht nur ein EMP, aber... Das ist ja zwar nichts. Ich hab gebeuert, das tut mir leid. Ich sehe was, aber ich sehe niemanden. Ah, wo schieße ich hin? Alter, dafür, dass ich daneben schieße und immer denke, wo schieße ich denn hin? Und dann treffe ich mit der Mammel an. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Das war mir falsch. So ein Scheiß. Hätte das gedacht. Wortspiel. Ja, wo? Welche Scheune? Welche Scheune? Ich weiß doch nicht, wo hier eine ist. Ich kenne mich so... Ah, doch. Stimmt da hinten, wo der Heuballen ist, wo ich gestorben bin. Ah, das ist ja nicht. Okay, ähm, die haben die bessere Position. Wir haben das bessere Kanz hier. Dann haben sie wieder einen Sniper dabei. Ja, das wäre genial. Und ich daneben. Die kommen jetzt da hin. Ja, danke. Ich liebe Blattkanaten. Also, wenn ich jetzt vorgehe, bin ich tot. Weil die immer noch die bessere Position haben. Und die Sniper auch noch. Ja, nein. Liko ist gerade vom Aussehen. Das gibt's doch nicht. Schon wieder gepiept. Äh, die dominieren uns auf der Karte. Warte, wenn wir jetzt beide machen, wir haben keine bessere Position. Mein Headset piept, glaube ich. Geht's gleich aus. Kann das sein? Äh, nie so leer gehabt. Das ist aber teilweise scheiße. Ach, hinter der Leiche. Komm schon, Alter. Am Arsch. Ich habe dich. Was ist denn so scheiße? Ähm, wenn man aber pennt, nicht der Nebstrupp dabei. Ähm, schlecht. Ich lobe die Waffe noch. Und dann baue ich sie. Scheiße, Alter. Und schon wieder hier. Da ist, da ist. Und da vorne. Vor mir, hinter mir zählt. Ich habe beide vor dir. Ja, ich sah alles. Ich habe es dann auch gesehen. Alter, ich bin mal gespannt, wie der Klang gleich ist. Ich muss mal, ich sage das jetzt in so vielen Videos. Sorry. Ich habe das aber schon gesehen. Oh, Alter, komm schon, ey. Fucker Killer, Alter. Oh, ich habe in die Füße tot geschossen. Okay. Feind an der Scheune. Ich weiß, ich konnte nicht rechts, ich konnte nicht da rechts rechen. Ich konnte nicht da rechts rechen. Immer wenn du beschossen bist, bei COD kannst du nicht mehr dich bewegen in einem Griff. Warum guckt meine Person immer in die Gegensatzte Richtung, wenn die Feinde hier sind? Oh, ich habe die Leiche gesehen. Der hat durch die Leiche geschossen. Die Sau hat durch deinen Tod Kameraden geschossen. Diese Sau schießt durch eine Leiche, Alter. Ich glaube, es ist sogar meine, aber egal. Warum bin ich da mitten am Tag müde? Ach, Mann, das ist auch wieder das Alter. Ich weiß, ich habe immer dieselbe Scheiße. Ich werde hier sehen. Ich werde hier sehen. Ich werde hier jetzt. Okay, sorry für diese schlechten beiden Runden. Ja, die ist das richtig miese. Ich entschuldige mich dafür. Aufrechtlich. Was ist jetzt gerade hinter mir? Ich sehe ihn nicht und er schützt mich. Ey, das kann es doch nicht sein, Mann, dass die sich da verschanzen. Das ist ja schon langweilig, Alter. Allein nur, die verschanzen sich so gut, dass man nur Leute als Platz gemacht werden und keiner von uns nach vorne kommt. Okay. Feindliche Drohne über uns. Ja, kam ich hier nicht raus? Äh, nein. Nein. Es ist ja nicht so, dass ich scheiße bin. Ich sage, es ist ja nicht so, dass ich scheiße bin. Ups, meine Waffe ist leer. Ist der Muni für mich? Ja. Hey, wir haben verloren. Naja, ähm. Es hat sich jetzt nicht so scheiße angefühlt. Gucken wir mal, was meine Killrunden, also Killrunden. Killstate? Also, was meine Killstate. Ich bin mehr gekillt als gestorben. Scheiße, mein Niko hat da... Niko, sage ich, mein Scheiße hat sein, das ist leer. Äh, 13.11. Okay, damit kann man sagen, auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Ich bin raus. Peace.